Wenn Rost und Rinne zur richtigen Zeit an der richtigen Baustelle ankommen, dann hat im ganzen Logistikprozess alles funktioniert. Wir stehen hier im Lager bei der Firma Anrin und Herr Bürger, hier werden täglich hunderte von Metern Rinnen produziert, aber bis die Lieferung auch wirklich beim Kunden an der Baustelle ankommt. Wie läuft der Prozess ab? Ja, nach der Produktion lagern wir in der Regel unsere Rinnen ein, um diese dann für den Versand zu unseren Kunden vorbereiten zu können. Das heißt, wir produzieren asynchron zum Bedarf, sodass unsere Kunden immer auf ein volles Lager im Idealfall zurückgreifen können. Dementsprechend haben wir hier eine Vielzahl von Artikeln vorrätig, um alle Bedürfnisse unserer Kunden zeitnah bedienen zu können. Das heißt, wenn jetzt morgens eine Bestellung eingeht, wie lange dauert es, bis die Lieferung beim Kunden ist? Wenn rechtzeitig bestellt wird, das heißt bis 11 Uhr die Bestellung bei uns ist, dann wird sie erfasst in unserem ERP-System, dann in die Kommissionierung gegeben und am selben Tag noch unseren Spediteuren übergeben. Das heißt, die Spediteure gehen dann über ihre Sammeltransporte, über die Verteilzentren zum Kunden. Je näher, je besser. Das heißt, 24 Stunden sind möglich. Im Regelfall sind es 48 Stunden, bis die Ware zwischen Bestellung und Wareneingang beim Kunden vor Ort ist. Das heißt, zwischen 24 bis 48 Stunden ist jede Baustelle beliefert. Sie liefern ja aber auch europaweit. Wo liegen denn da die Unterschiede? In Europa ist es so, dass natürlich die Transportwege länger sind und dadurch haben wir mit unseren Handelspartnern natürlich vereinbart, dass die ein entsprechendes Lager hervorhalten und aus dem Lager werden kurzfristige Bedarfe gedeckt. Größere Projekte werden dann aus Anrechter abgewickelt, das heißt im Direktverkehr von Anrin auf die Baustelle. Die Produkte, die Sie hier in den Regalen sehen, die können Sie sich auf jeden Fall noch mal genauer anschauen unter www.anrin.com.